Und damit, willkommen zurück bei Slitherio. Warum ist mein Name hier nicht gespeichert ein? Don't know. Golden Game. Ja verdammt, ja verdammt. So. Und ja, kurz mal checken, gibt's neue Würmer? Hm, ah, oh, oh. Oh, 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 oh. Man scheint gibt's schon ein paar neue Würmer hier. Oh, oh, der sieht interessant aus. Aber der auch. Wir nehmen den einen Eul gegen. So, also, ja. Willkommen zurück bei Slitherio. So, ich bin Golden Game, wie immer. Und hier ist natürlich der andere auch gleich mit dem einen Eul gegen. Oh, shit. Ah, verdammt. Und es kam ja in letzter Zeit erstmal keiner, äh, Slitherio. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Die Reihenfolge war irgendwie durcheinander gekommen. Und jetzt musste ich erstmal, hier, aufnehmen heute. Es kommen heute zwei Folgen, weil ich hab gestern, äh, nicht geschafft, äh, ehrlich gesagt, hatte ich kaum Lust dazu, grad an dem Tag noch was zu machen, weil ich war voll fertig, war voll warm draußen. Müsst ihr verstehen. Und ja, deswegen kommen heute zwei. Also, heute kommt nachher noch eins. Ich versuch das jetzt hier so zum Mittag rauszubringen. Und ja, dann kommt nachher am Abend noch mal eins. Falls ihr das schon geschaut habt, dann... Also, wenn ihr das am Abend schaut, dieses Video, dann sollte das andere eigentlich schon draußen sein. Also, checkt es mal ab. Von Rocket League mal wieder. Und falls ihr auch noch mal, äh, ich hab noch mal eine Idee, falls ihr die Idee gut findet, das Nike da. Also, wie wär's denn, wenn ich, äh, auch so ein paar Browser Games vorstelle, die ich so auf einer Seite... Es gibt so eine Seite, da gibt's immer so die aktuellsten Browser Games. Die kann ich mir mal vorstellen, wenn ihr wollt. Einfach mal so zur Abwechslung, damit das hier mal ein bisschen mehr Content gibt, damit für jeden dabei was ist. Und ja. Dann gibt's auch mal ein bisschen Abwechslung, immer mal was Neues hier, falls ihr es gut findet. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es gut findet, oder... Ja. Unterstützt mich durch den Daumen nach oben. Was? Wo ist die Aufnahme hin? Was denn, wo ist nicht da? Verdammt. Ach, die Aufnahme läuft noch gut. Alles gut, alles gut. Die Aufnahme ist da. Hoffe ich. Ich hoffe es doch. Das ist mega heftig, Leute. Der Größte. Ich bin fassungslos, Alter. Dieser Rekord, der wird alles brechen. Läuft die Aufnahme noch? Läuft die Aufnahme noch? Ja, ist alles gut, okay. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwie zwei Aufnahmen habe und dass die eine weg ist, also... Wenn das so ist, dann verzeiht mir. Ich lasse aber trotzdem hoch, aber... Der Größte zu sein, ist halt geil, wa? Alter. WTF, Alter. Leute. Das kann nicht sein. Nehme ich noch auf? Ja, ich nehme noch auf. Ich nehme noch auf, Leute. Alles gut. Alles gut, soweit. Golden Game. Nehme ich noch auf. Ja, tue ich. Perfekt. Perfekt, Leute. Perfekt. Ich muss einfach immer noch mal nachgucken, weil das einfach so wichtig ist. Nein! 99.000! Nein! Ah! Fuck, 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 fuck! Fuck. 99.000 plus, Leute, 99.000 plus. Danke vielmals fürs Zuschauen. Lasst bitte ein Like da für dieses Video. Und unterstützt mich dadurch. Hashtag Golden Game Army 2,5. Bis dann und ciao. Ciao.